Abiligy 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 Schmuck nicht Schmuck nicht Schickschack Du cringest kind Fufu Herzlich willkommen zu unserem Afrikatag 3 2 1 Afrika nochmal 3 2 1 Afrika Wir müssen ganz kurz und klar sagen Wir lieben Afrika Wir haben sehr viele Freunde und Freundinnen von da Und deswegen sag ich dir ganz ehrlich Mein Name ist Thorns Ihr seid die geilsten Weißt du was Ich bin der beste Fufu-Macher der Welt Wir müssen einmal tanzen Bruder Die Afrikaner können am besten tanzen Heeeey Heeeey Na 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 Ey Gepesh mach dir ein Gehörlein rein Bruder das sind meine richtigen Haare auch noch ne Man der will mir wieder ein R9 machen ja 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 komm Alter Lass mich jetzt beeilen Ey Jetzt seh ich außen wie als ob ich Fufu machen könnte Wir brauchen das Fufu Gerät Unser Herdchen So hier ist Herd Jetzt brauchen wir noch die Zutaten Herz für Fufu Topf für Fufu Und jetzt brauchen wir Was brauchen wir Fufu Fufu Sachen Fufu Fufu Jürgen bring mir mal Milch und Fufu Wie wissen wir jetzt was 175 Gramm ist Meine Fresse ja Cornelius wird gleich bewerten übrigens Das ist unser neues Format Der PumpePunkt Tag Wenn ihr einen anderen Tag haben wollt Schreibt uns gerne auf Instagram oder so 175 Gramm Fufu Mehl Wie viel ist hier drin? 500 Gramm Dann muss schon ne Prise rein Ok 175 Gramm Laut Adams Riese Sind das Das Baby Hier Pack mal alles rein Nein nein Junge Pack doch rein Wie viel sind das denn? Eine ganze Packung 100 Milliliter kaltes Milch Was ist ein Esslöffel? Sagt einfach EIN GEFÜLLER ATTORNEYS EIN KLEIN OR EIN GROSSES ECHT 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 WUDA WIR MÜSSENDAS ECHT 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 Hör auf! Schnell, wir müssen rühren, oder? Das verdammte Scheißmann, Alter, du Schweinkopf, ja? Wasser, 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 schnell! Und dann packst du Wasser rein! Das muss doch da... Das... Lass das lieber da... Jetzt komm! Ey! Breit! Treffst doch immer, ja? Ey! Du hast den Messer schon auseinandergenommen, ja? Ah, Junge, Alter! Bitte Fufo, ja, bitte Fufo, ja! Gib mir doch einfach die Fufo-Energie! Oh mein Gott, Freunde! Ein F für Fufo in den Chat! Bruder, bitte, bitte! Zwei Esslöffel steht doch da! Da steht doch zwei Esslöffel! Der packt da sieben Liter rein, ja? Schütze gleich die ganze Scheiß auf den Scheißschädel! Ich hab' den Kopf, ja? Wie du heißt, Junge, ja? Du wüsst es grad nicht, wie du heißt, haha! Bitte lass mich mal machen, Milch nehmen, ja? Haha, Bruder, ja, Bruder, ja... Das klebt schon, weil du kein Wasser geholt hast! Nein! Junge, Fufo musst du stampfen, Bruder! Bei deinem Bizeps bringt das nix! Du, ich, du, ich, auf du! Was, was, was? So, Mann, was soll ich machen? Bruder, da steht zwei EL Milch... Rüh doch, rüh doch! Da steht zwei EL Milch! Ich bin Koch! Ah, Junge... Komm aus dem Dorf! Ich weiß doch, was ich mache, ja? Ich... Spuckries! Ich weiß doch, was ich mache! Bruder, wir haben hier Milch mit Spucke drin, ja? Geil! Ah, freu ich mich ja wieder zu essen! Da hast du dein Wasser, da hast du dein Wasser! Bitteschön, da hab' ich dein Wasser hingebracht! Wir lieben! Puff! Bruder, Afrikaner halten zusammen! Halt dein Maul, Alter, ja... Sorry! Dann lass mich doch machen! Okay, dann sag Sorry! Du kannst das nicht! Sorry! Jetzt nicht! Mach doch schon mal dein Chili-Dings da! Ist zu heiß! Bruder, sei mal ELCH! Du hast die Pfanne nicht mal gewaschen, ne? Hä? Das hast du nicht gewaschen! Ich hab' dir gesagt, letztens wasch! Mach' jetzt Fufu, äh... Soße! Bruder, aber mein Fufu... Bruder, man packt doch nicht alles rein! Bitte lass mich doch einfach machen, ja? Bitte! Einfach lass mich einfach machen, Alter, ja? Ah, Julia! Das wirkt dir mal ne Fufu, Bruder! Könnt ihr ne Fufu Party machen, ja? Ich hab' mir da vorher Videos angeschaut! Ich weiß doch, was ich hier mache, ja? Deswegen! Fufu stampfen, Junge, ja? Bitte! Ich schauf' alles! Ich geb' dir gleich eine Bombe, Alter! JORDAN! Man muss Fufu stampfen! Wir lieben einen Fufu! Bitte, ja! Bitte, ja! Bitte, ja! Bruder, ich schwöre, man muss Fufu! Ja! Ey, aber Freund, ich schwöre, ich liebe Fufu, ja! Fufu, Junge, ja! Ah, das ist nicht nur dein Fufu! Das holst du! Das holst du! JORDAN! Passt doch mal auf, Bruder! Man muss Fufu stampfen, Mann! Fußballpeller, ja? JORDAN! Was denkst du dir denn? JORDAN! Fufu stampfen! JORDAN! 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 Jetzt macht man nämlich noch mit den Fingern ein bisschen. Seid ihr Wasser in Fufu? Winze hat einen Dollar gegönnt. Milztwasser das ist zu trocken. Ja, danke, danke! Ich sag' ihm das, aber er sagt nein, 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 nein! Du hast keine Ahnung, wie man Fufu macht und redest, Bruder, ja? Siehst du? Jetzt wissen alle Bescheid. Toffe Piri Konsistenz! Ich hab schon auch Fufu gegessen! Hatt dein Maul, Alter! Ich schwöre ich hab Fufu gegessen. Ach komm bitte, ja. Weißt du was siehst, Kinsley? Ich liebe dich! Aber jetzt ist Fufu Konsistenz, Freunde! Jetzt halt du mal, halt du mal, halt du mal! Ist das heiß? Nein, Sammy holt so. Hier ist Sammy, siehst du? Das ist Fufu! Komm halt, halt Fufu fest! Jetzt bewegt dich nicht mal richtig, du bist gleich an der gleichen Stelle. Du musst richtig gemisch lernen! Oh Baby, das ist Fufu! Fufu an der Beat! Komm Ali, nach vier Sekunden! Ja! Wir haben Fufu! Hallo, wie geht's Ihnen heute? Nubainau Nubainau gesuckte Porsche Sao Popo Schansa A Popo Schansa Eeeeeeeeeee Alikte Nubainau Nubainau Alikte Pore Sosa Popo Schansa Popo Schansa Eeeeeee Oh reicht doch, ja. Guck mal was der macht, wie der Fufu macht ja. Bitte ja, ruh mich ab. Fufu 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 Oh mein Gott Oh mein Gott! Fufu Probiere los! Probier mal! Mit Sosa Oh mein Gott! Junge, wie ist das, Junge? Das ist kein Fußball Ja, das funktioniert Oh, Bruder, das wäre eine Kerze Es ist nicht heiß Ein Applaus für unser Fufu Leute sagen nicht runterschlup-, nicht kauen alle schreiben nicht kauen Ah ok Guck mal so, ne, und dann so Nicht kauen Äuck, das macht doch keinen Sinn Oh das ist so heiß Wart du, nicht kauen Juga Bist du dumm?! Boah Abgeschlüpft wegen euch ja Mit den Gaumen essen. Ah, guck mal jetzt. So zerdrücken mit dem Gaumen. Und jetzt runterschutten. Ey, schmeckt viel anders. Ja, echt? Das schmeckt viel mehr nach Fufu. Du musst mit den Gaumen richtig die ganze Zeit so machen. Ey, ganz anders. Jetzt haben wir Fufu studiert. 3, 2, auf 3 schreiben, wenn ich schieße nach Fufu. 3, 2, 1, Fufu! Nochmal, 3, 2, 1, Fufu! Nochmal, 3, 2, Sammy ist runter! Ey ey ey! Ey so! Ey! Alter, was ist das? Wo ist das? Man macht den so leer, und dann? Das ist gut für Calcium. Alter, was ist das? Ey, was hast du denn wieder gemacht, Alter, ja? Das war Afrikatag. Wie scharf ist das? Ich bin ein Buh! Oh mein Gott!